hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu wwe2k16 zu unserem kleinen großen riesigen king of the wing und mit dabei ist onkel gewaschek lp hallo ja hallo schon ich habe gehört du möchtest verlieren heute habe ich gehört genau ich darf mir heute nämlich zwischen zwei wrestlers von mir auswählen mich entscheiden tun und machen und tun und machen und darf revano auf die rechte seite ich habe mich schon entschieden wie ihr seht entweder den oder vielleicht stehen oder nämlich stehen du bist viktor oder stehe oder wenn nämlich also der hier hat ja mehr werte okay der viktor viktor keine ahnung wenn ich verliere ist mir wurscht wenn ich gewinnt ist cool wer bist du wer bist du denn da ich weiß es nicht aber ich bin mir mal im gesicht und ich habe eine ritterrüstung also ich kann ja nur gewinnen zeigt mir wenn du hast aha oh nice normalerweise dürfte ich das gewinnen normalerweise ich werde es dir nicht als leicht machen das glaube ich so unser dritten turnier haben wir uns ganz schön durchgeprügelt ding 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 let's get ready to rumbo oh jeder er hat da 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 nachvollziehbar ist die märz so jetzt hat zauern das musste auch erst ins Gesicht schlagen da war gar nicht mal so schlecht wieso es geht los und er geht erst mal raus er geht erst mal aus dem haus raus hey hallo ich bin ja komm mal mit er hat mich hier schon gekontert du sau du sau du sau oh mein Gott hat 10.000 mal aha noch rausgekommen cool ich hab gesagt ich mach uff ich hab noch gedrückt er wollte aber nicht nö ach man kabam ach so ein rotz scheiß geh weg ach kacke und wieder keine energie oh du hast doch energie kein wunder dass du die gewählt hast hehehe du hast doch energie ne hier konterdinger energie das ist keine energie mhm aber das sind ja auch Onkel seine charaktere ne die haben halt nur keine energie hehehe hehehe oah das tut doch weh wenn er in dem Gesicht tritt ich spüre förmlich die Schmerzen steh auf sei ein Mann tu es ach ich hab doch gedrückt jaaa und ich krieg's wieder im Gesicht aua Victor was ist denn los mit dir Victor ich bin wieder da bam hast du nicht gedacht eh doch oh jetzt schon das wird's schon hmm kommt ja schon wieder raus deswegen Kramp kann nix machen ne kann ich zappeln wie ich will la 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 ich weiss mal nicht wer es bin rot bin hehehe hä rot bin ich mhm die Serienste Gratwiener soll waren und das war ein Gratwiener hast du was ist genau gehören und er wird es mein erstes ich hasse es hier hast du es ganz ruhig springen das tut mir überhaupt nicht weh ach ich hab doch gedrückt wird alles ignoriert was ich drück ich frag mich wie der Victor in die dritte Runde gekommen ist tja weil ich ihn gescheuert hab genau das hab ich mir gedacht ach ja der Konto hat alles hier ja selbstverständlich selbstverständlich Mann jo ich bin da schon am Boden mein Gott den rumgezappelt immer und Konter bitte jawoll kann ja nicht sein dass du nicht konters mal was ist denn hier los achso okay na der war ja gar nicht mal so unschön Mann er ist so fertig mit der Welt steh auf wenn du ein Victor bist steh auf na komm ja das du so einfach hey da bin ich und da liege ich meine Fresse ja ja einmal was Gutes gemacht hier Mann ey fuck dass ich das neu erleben darf sowas nein ah kommt der Finisher und er kontert natürlich geht ja gar nicht dass du nicht konters mal und er macht ein Dancing Queen du Dreck nein ich darf auch nochmal was machen ich glaube das ist jetzt das ist ja wie das ist ja das ist ja irgendwie ne ok ok das wollte ich zwar nicht aber ist ok na komm geh mal raus ach steh auf und er kriegt einen Schlag ab aha oh bam schön das Kreuz erstmal dezimieren hier draußen da ach meiner ist schon wieder bewusstlos wenigstens mal ein Move der funktioniert hier so so ah na klar mein Kopf ist rot nein es ist Blut nein das ist nur meine Kriegsbemalung und er krabbelt er krabbelt ich komme ich komme uh hallo hast du gedacht jo hast du gedacht hast du gedacht und er kontert meinen der kontert alles das ist auch das gibt es doch gar nicht ey das gibt es nicht das gibt es nicht das gibt es nicht mach irgendwas meine Fresse weg weg hier erst lebensmüde ach komm schon was machst du denn noch oh man kennst du mal wie das ist komm mal hin jetzt ja warte ab das kriegst du zurück gut gut mh nein oh und wieder raus oder so was ähnliches einer ist wieder bewusstlos drei tage ja und es macht nix drei tage später ach das ist so witzig ja genau aber hast du gedacht ne bam naja so ist das halt ne wenn man irgendwas macht nein das gibt es doch gar nicht ich habe extra noch gewartet ach das ist irgendwas stimmt hier nicht in dem game ja ich wusste dass der wieder der kontert alles nein alles alles wie oft ich schon rausgeflogen bin heute das ist der wahnsinn ja das ist quälerei ist der typ hier ja mach wieder den schlag ja und der tritt der kommt gleich nach hi guten tag und ich darf auch noch was machen ich glaub das nicht nein das ist ja ach jo ja der kann nix blocken der typ der ist wahnsinn die rein jetzt da ach quatsch ach du scheiße ich dachte du kommst nicht mehr raus das wäre so geil gewesen du hast dich meinen Finisher dafür drauf war hat nicht viel gefehlt oder aber das gibt es heute nicht ich hab meinen Finisher drauf gehen lassen ich hab meinen Finisher drauf gehen lassen so ja das ist in Ordnung oh man was ist jetzt gemacht nicht gewartet bis man Energie voll ist so ich bin wirklich wie ist ein brutales Situation guck mal wenn man der Victor wieder da steht der ist so fertig mit der Welt oh ich glaube es nicht ne ehrlich jetzt ne oh bitte lass einmal was klappen hier nein so das ist dein Finisher nein 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 sieg nicht mehr ach so ha geh weg ho 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 ach alter ach puh gar nicht so einfach da raus zu kommen hast du schon zwei Finisher sicher mach mir grad ein bisschen Angst ein bisschen Sorgen mach ich mir naja ach das gibt es doch gar nicht jawoll der erste so ist das schön ja jetzt siehst du mal wie das ist wenn man dauernd rauskommt jede 10 Sekunden bam ach scheiße ist doch schon wieder muax was der macht da mit mir muax meine Fresse doch es gibt es doch gar nicht das ist das schön ja oh man auf der Einseite kann ich sagen kannst du ruhig bekommen den Typen haben was ist das schön ja komm ne komm rein mein frühen komm ja guck mal kennst du's noch von vorhin hehehe nein aua oh shit ich wollt die eigentlich reinholen aber ist auch gut hehehe ich gehe wieder rein das herrliche er steht da macht seine Gruppe Sprengenskis und er kommt einfach und macht irgendwas aber dafür kriegst du mal Kinnischer ab ja das nenne ich doch mal ein geiles jetzt kommt bitte nein scheiße aber viel hat da bestimmt nicht mehr gefehlt mini mini Strich mhm bäm mein vor allem 1 2 nein 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 ohne Finisher brauchst man muss sowas nicht anfangen hier was war das mein Name ist alles aufgaben muss sondern endlich mal was vernünftiges hier fachmann zu sparen im schluss klar übel spannend ich habe keine Ahnung nein ja ausschloch oh nein 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 ach meine Fresse oh das geht ja echt gut ab unbelievable ja es ist unbelievable das ist immer so ja schien weg mit dir du Drecksack er bleibt eine halbe stunde liegen er ist so geil na komm hä ach ehrlich jetzt oh geh weg du Drecksack naja so ein Bodyslam geht gerade noch und ich das ist echt krass das gibt es doch gar nicht keiner kippt auf hier ach das gibt es doch gar nicht h er ist macht immer das gleiche h h h herrlich ein herrliches Geld er hat schon wieder zwei Finisher liebe Freunde gefällt mir überhaupt nicht blick hier doch mal rein er springt einfach ins nix das ist so geil das ist einfach geil man ja na klar er springt ins nix oh man oh bitte 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 lieber Gott bitte 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 lass das klappen lass das klappen lass das klappen ja und das kann man das kann man bitte 1 2 ja Victor Victor boah das ein hartes Game ey das kann doch wohl nicht weg mit dem was ist denn los warum verliere ich denn ständig oh mein Gott ey oh geiles Game echt das war mir schon schon wieder so 30 Minuten Match oder so oh übel ey von Anfang an hab ich gedacht der taugt gar nichts ich lag fünfmal draußen er hat mich durch den Ring geworfen und er hat oh geil ich glaub ich war dran oder aber du darfst doch was sagen was möchtest du dir sagen ich hab keine Ahnung warum ich ständig verliere ich versteh es nicht ich kann es nicht nachvollziehen ja macht ja nix ja was geht denn irgendwann auf den Sack wisst du du ständig verliere es ich hab keine Ahnung was das liegt jetzt war ich ja wirklich gut du hast die Tage auch schon mein Gott ich hab die ganze Zeit versucht dich runterzukriegen bis ich endlich den Finisher ansetzen kann weil du jedes Mal den Finisher gekontert hast und jedes Mal dann hab ich das geschafft dass du endlich keine Konteraktion mehr hattest und auf einmal konnte ich nur mehr kontert hat man einfach nur mehr gekontert und jedes Mal das gleiche krass ja komm schlaf nur dahin ja gut liebe Freunde ja ich wusste grad dich ich hab so viel geschrien ja gut liebe Freunde war wieder ein geiles hartes Match auf jeden Fall noch ein bisschen länger ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder wenn es weitergeht bei WW2K16 mit Onkonomia Rebwarnelby bis dann Ciao Tschüss